und ja 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 er hat mich bis ein urban terror mit cauga gegen opa senior das bin ich ja nein nein nicht schon wieder 2 0 bin ich in rückstand das sind so wie war und das auf urban terror das ist ein kostenloses spiel und such machen suchen halt wo ist das ist die austria map ja 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 nichts ja er hat mich wieder meine waffe ist auch nicht besser hatte immer die mann am liebsten und er ist ja ja diesmal habe ich ihn sehr schön ich habe es mal geschafft einen treffer gut weiter geht es ist ein kostenloses spiel uhr und der ja wieder ich hole auf es kostet nichts urban terror ist aber sehr flott und eigentlich recht schön also diese map die austria map ist wunderbar aus dem schönen österreich wo ist jetzt hier und 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 drauf halten ja okay gleichstand das freut mich ja sicher viel jünger nicht mit meinen 73 jahre erlaubte mich doch noch so wir suchen uns wieder und er hat mich getroffen entdeckung und verbinden ich warte einfach ab vielleicht kommt er doch noch nach glaube ich zwar nicht aber wer weiß ja man hat sich nicht viel gedacht dabei gut war ein billiger punkt war ungeschickt von ihm aber ich bin auch nicht viel geschickter und weiter geht's und weiter geht's na dann locken wir an mit einem schuss vielleicht macht den fehler nochmals wer weiß jetzt habe ich mich verwundert muss mich verbinden ich liebe solche matches man gegen mann und ja gut dass ich in deckung bin habe ich niedergerungen oder niedergefragt ok weiter geht's 5 zu 3 steht für mich und die keplerweste habe ich doch war mir jetzt nicht ganz sicher so jetzt wird es ein bisschen schlechere ich glaube er stellt sich auch um und wenn wir schauen auf welcher seite er kommt dass ich ihn überrasche ja jetzt versucht mit schnelle bewegungen ein punkt für mich 6 zu 3 für einen alten opa senior aus dem austria senior ein klaren ja und 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 ja 7 zu 3 ich habe gewonnen das war ein wirklich schönes kurzweiliges match so was liebe ich ja genau das war ich als im komm 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 komm